Herzlich willkommen zur Vorstellung des Studiengangs Fahrzeugelektronik und Elektromobilität. Wir haben die Chance, fünf Fragen an den Studiengangsleiter Prof. Dr. Thelen zu stellen. Herr Thelen, wie würden Sie Ihren Studiengang kurz beschreiben? Was ist das Besondere? Ja, ich denke, das Besondere ist eigentlich, man muss einfach nur rausgucken. Wir haben im Moment Klimawandel und wir brauchen in den Städten mehr Raum. Die Städte werden überbevölkert. Es gibt mittlerweile x Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, die explodieren förmlich. Wir sehen, dass es immer weniger Ressourcen gibt. Das Thema Öl geht irgendwann zur Neige, ganz zu schweigen vor dem hohen CO2-Ausstoß. Und das heißt, Ressourcen und neue Technologien werden das Bild der Mobilität also in den kommenden Jahren ganz stark verändern. Also man muss sich das vorstellen, dass das wirklich eine Veränderung von der Mobilität ist, die stärker als vor 100 Jahren der Wechsel von der Pferdekutsche zum Automobil. Und wir sehen da eigentlich wirklich vier Trends, die man da beobachten kann im Bereich Mobilität. Das eine ist ganz klar die Elektrifizierung. Also es wird zwar immer diskutiert, brauchen wir jetzt wirklich das elektrische Auto, das batteriebetriebene Auto, ist das wirklich die Lösung der Klimaprobleme? Man kann sagen, es trägt auf jeden Fall dazu bei, wenn die Batterie auch energieneutral hergestellt wird, da arbeitet man immer stark dran. Das heißt also auch die Klimaneutralität vom Elektroauto wird also wirklich immer besser werden und auf jeden Fall die Neutralität, CO2-Neutralität vom Verbrenner auf jeden Fall übersteigen. Das zweite ist also ganz klar das autonome Fahren. Man hat das wirklich schon oft gehört, gerade Tesla ist so ein Beispiel, die diese autonome Fahrfunktion zumindest als autonome Fahrfunktion verkaufen. Funktioniert noch nicht so ganz, es ist noch was holprig, immer mehr Autos. Vielleicht hat einer von euch schon ein Auto zu Hause, wo der Vater ein Auto hat, was irgendwie schon im Stau automatisch hinter den anderen Autos herfährt, was auch eine Menge Sicherheit bringt. Dann das dritte Thema ist Connectivity, das merkt man noch nicht so richtig, dass also Autos anfangen sich miteinander zu unterhalten und man auch wirklich schon im Vorfeld weiß, oh da vorne wird ein Stau kommen und das Ganze kann ich dann wirklich vermeiden, eine entsprechende Umfahrung machen oder Vorsicht, da vorne ist eine gefährliche Verkehrssituation. Und das vierte ist die sogenannte Shared Mobility, das ist fast eher eine triebswirtschaftliche Frage. Man sieht das mittlerweile mit Systemen BMW oder Mercedes bieten also Systeme an, wo man sehr schnell Autos mieten kann. Das heißt, ich muss gar nicht mehr als einzelne Person ein Auto besitzen, sondern ich möchte einfach nur noch von A nach B kommen und habe dann entsprechend die Möglichkeiten, das möglichst schnell zu machen, ohne ein eigenes Auto zu besitzen. So, was hat das Ganze mit unserem Studiengang zu tun? Und im Studiengang Fahrzeugelektronik und Elektromobilität werden Studierende also hierauf vorbereitet, dass diese technischen Probleme, die da drin stecken, zu lösen. Und die sind, man merkt das schon, das sind also alles wirklich elektronische, informationstechnische Probleme, die zu lösen sind. Da geht es wirklich um Antriebstechnik. Wir lernen also wirklich alles, was es in der Fahrzeugelektronik braucht, um diese Technologieentwicklung und diese hierdurch entstehenden Probleme zu lösen. Also elektrische Antriebstechnik, Hochvolttechnik, Batterietechnologie. Das Ganze muss auch sehr sicher funktionieren. Und wir haben Autos, die mittlerweile selber extrem intelligent sind. Also das ganze Thema KI kommt darin vor. Also es betrifft sehr viele Dinge. Das ist eigentlich so im Wesentlichen das, was diesen Studiengang ausmacht. Wie viel Praxis steckt in diesem Studiengang? Also das ist, denke ich, vielleicht wirklich der Unterschied von uns zu der klassischen Universität. Wir haben hier an der HRW die Möglichkeit und wollen das auch, ein wirklich sehr praxisorientiertes Studium durchzuführen. Und Praxis beginnt bei uns wirklich im ersten Semester. Das heißt, wir haben, das ist mittlerweile wirklich schon der Klassiker, wir machen im ersten Semester bereits eines der Module, die man neben Mathematik, Physik und solchen anderen Fächern hat, ist das Carrera-Rennen. Das heißt, wir bauen da mit den Studierenden im ersten Semester ein Carrera-Auto so um, dass es alleine autonom auf der Carrera-Bahn fährt und es muss dann in zwei Minuten möglichst viele Runden fahren. Und das ist immer ein Riesenspaß, weil man muss dieses Auto umbauen, da wird geschraubt, gebohrt, da werden Mikroprozessoren programmiert. Ja, das geht auch im ersten Semester, auch dann, wenn man noch nie einen Mikrocontroller in der Hand gehabt hat oder programmiert hat. Das ist alles nicht so schwierig, alles, was man dafür lernen muss, bekommt man beigebracht. Die Unterlagen sind da. Wir haben Labore, die sind wirklich Tag und, naja, wenn man den Nachtwächter kennt, vielleicht auch schon mal nachts offen. Und da wird immer gebastelt und gelötet und die Studierenden im ersten Semester sind also immer ganz heiß da drauf. Ich muss immer aufpassen, dass sie dann nicht die anderen Fächer vernachlässigen, weil das so viel Spaß macht. Und am Ende des Semesters gibt es dann das große Rennen mit Grillen und Würstchen von unserer Fachschaft. Und das Schöne ist wirklich an der Fachhochschule, dass die Leute wirklich diesen Zugang zu den Laboren haben. Also jeder Studierende bekommt so einen elektronischen Schlüssel und kann das machen. Später wird es dann ein bisschen ernster. Das ist also nicht nur so ein Rennen, sondern da müssen dann wirklich elektronische Komponenten von einem Fahrzeug entwickelt werden. Sogenannte Steuergeräte sollen selbst entwickelt werden nach Kriterien der Automobilwirtschaft. Und das ist dann schon wirklich seriös. Da geht es darum, wirklich so ein Gerät auch kostengünstig zu entwickeln. Das muss kniffligen Anforderungen genügen. Und was wir hier probieren, ist wirklich die Situation nachher im Beruf in einer spielerischen Form im Studium abzubilden. Das können wir hier als Fachhochschule machen. Hierzu haben wir den ganzen Geräteparks entsprechend mit Messgeräten, Netzteilen und so weiter. Auch Komponenten aus dem Auto, wo man dann wirklich auch dran arbeiten kann. Auch das macht eine Menge Spaß, ist natürlich ein ganzes Stück seriöser und natürlich dann auch im höheren Semester ein ganzes Stück anspruchsvoller. Man weiß zu diesem Zeitpunkt ja auch viel mehr. Das dritte, was ich vielleicht als Beispiel nennen möchte, ist, wir haben hier ein Formel der Student Team. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist ein Team, da arbeiten ganz viele Studierende dran. Mittlerweile sind 25 Leute in dem Team. Und wir bauen, es wird hier ein Rennwagen gebaut, der an Rennen teilnimmt. Und es tatsächlich, unsere Hochschule hat mit diesem Elektrofahrzeug, Elektro-Rennwagen tatsächlich in Andorra schon mal den ersten Preis gewonnen. Da sind internationale Teams aus ganz Europa mit dabei. Da sind dann die Kommilitonen von Maschinenbau, von Informatik, von den Wirtschaftswissenschaften mit drin. Und dort wird der Rennwagen gebaut. Wir haben mittlerweile die dritte Generation und der ist komplett selber gebaut. Das macht eine Menge Spaß und die Mitarbeit an diesem Rennwagen kann man sich eben auch als einzelnes Modul, nennen wir das hier an der Hochschule, also als einzelnes Fach anerkennen lassen in den höheren Semestern. Und das geht sehr gut. Also Praxis ist das, was bei uns wirklich ganz groß geschrieben ist. Welche Interessen und Fähigkeiten muss ich mitbringen, wenn ich diesen Studiengang studieren möchte? Also als erstes, und das ist wirklich das Allerwichtigste, man muss jemand sein, der sich oder die sich vor allem begeistern kann für Dinge, die irgendwie technisch sind, die mit Fahrzeug oder Elektronik zu tun haben. Vor allen Dingen also auch die Interesse an der Lösung von kniffligen Denkaufgaben, knifflige technische Probleme. Also auch ganz klar, wir machen hier nicht die Kfz-Mechatronika-Ausbildung plus. Darum geht es nicht, sondern es sind wirklich sehr anspruchsvolle Probleme, die wir lösen. Und wer da Spaß dran hat, ist auf jeden Fall hier richtig. Was hinzukommt ist, hierzu um diese Probleme zu lösen, braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Kreativität. Jetzt denkt jeder, oh Kreativität, Musik und Kunst war vielleicht gar nicht so mein Fach. Nein, es geht um Kreativität in der Lösung von solchen Problemen. Das heißt, durch Denken einfach mal ausprobieren wollen, das ist eben irgendwie wichtig, Kreativität und die Motivation, also dass man auch irgendwo neue Lösungen schafft. Dabei, und das muss man eben auch sehen, gerade in der Automobilwirtschaft, ist auch immer die Gründlichkeit im Denken sehr wichtig, denn die Lösung muss am Ende auch funktionieren. Das heißt nicht, ich haue das jetzt mal irgendwie hin und schmiere das irgendwie zusammen, sondern man muss sich da schon sehr in die Details einarbeiten wollen. Dazu muss man ein Mensch sein, der also auch in der Lage ist, wirklich auch schon ein bisschen Tiefgang mitzubringen und schon mal eine Fragestellung wirklich auf den Grund gehen zu wollen. Es ist halt ein akademisches Studium und nicht irgendein Gebastel. Also eine gewisse Seriosität ist da auf jeden Fall dabei, denn in einem Auto muss nachher auch alles funktionieren. Wenn irgendwas nicht funktioniert, kann das natürlich auch schnell hier gefährlich werden, denn so ein Auto ist halt nicht nur Spaß, so ein Auto hat auch viele Sicherheitsaspekte. Das decken wir auch ab mit sicherheitstechnischen Fragestellungen, das ist auf jeden Fall mit drin. Welche beruflichen Möglichkeiten erschließen sich mir denn nach meinem Studium? Das Studium ist also darauf ausgerichtet, dass man hinterher Entwicklungsingenieur, Entwicklungsingenieurin im Bereich Fahrzeugelektronik wird. Dadurch, dass es aber ein sehr, sehr grundlegendes Studium ist, also auch sehr viele Grundlagen im Elektronikbereich hat, im Bereich KI, im Bereich Informatik, im Bereich Maschinenbrauer und so weiter, ist das ein sehr allgemeines Studium. Das heißt, wir haben wirklich einen Schwerpunkt im Fahrzeugbereich. Wenn man sich aber dann am Ende entscheidet, woanders hinzugehen, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Die Ausbildung ist da grundlegend genug zu. Wenn man sich auch anschaut, im Moment denkt man, soll ich das wirklich machen? Ich schlage die Zeitung auf und da sehe ich, Mensch, da werden ja die Automobilindustrie baut im Moment Stellen ab. Wenn man das aber genau anschaut, baut die Automobilindustrie im Moment Stellen ab. Das ist zum einen die Corona-Pandemie. Die Pandemie, die wird natürlich, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann soweit durch sein und die Automobilindustrie wird sich auch langsam in den nächsten Jahren wieder erholen. Aber dort, wo abgebaut wird, das sind die klassischen Bereiche, also wirklich der klassische Maschinenbau, Leute, die an den Verbrennungsmotoren und dem Zubehör dazu arbeiten. Wenn man genau schaut, sind die Zeitungen und die Jobportale wirklich voll und das wird sich auch nicht ändern mit Stellenausschreibungen im Bereich Elektronik oder auch Fahrzeugelektronik. Da ist so viel zu tun, die ganze Industrie ist im Umbruch. Wenn man schaut zum Beispiel, die große deutsche Firma VW baut nur noch oder hat beschlossen, nur noch elektrifizierte Autos zu bauen und weitere Fahrzeughersteller folgen. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass Mercedes jetzt auch führend werden möchte im Bereich elektrifizierte Fahrzeuge, im Bereich Wasserstofftechnologie. Also auch die Wasserstofftechnologie ist letztendlich eine Technologie, wo es um elektrische Antriebe geht. Das heißt, da spielt die Elektronik ganz stark mit rein. Aber auch, wenn man denkt, auch bei Verbrennern, die noch einige Jahrzehnte sicher uns begleiten werden, braucht es autonomes Fahren. Und die Elektronik ist einfach hier wirklich die Säule, auf der so ein Fahrzeug steht. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Arbeitsplatz sicher. Die Leute finden eigentlich hier allesamt einen sehr guten Job. Sollte ich einen Master aufsatteln, wenn ich beruflich erfolgreich sein will? Und wenn ja, welchen? Also zunächst mal die Frage würde ich mir vor dem Studium noch gar nicht so unbedingt stellen. Man sollte sich diese Option auf jeden Fall offen halten. Wir haben hier auch, das ist das Schöne, wir haben hier die Option, einen Master zu machen. Über den werde ich gleich noch ein bisschen was berichten. Wenn man im Studium merkt, Mensch, also solche theoretischen Probleme, das ist wirklich was, was mir liegt. Und ich komme damit ganz gut zurecht. Dann ist es vielleicht, das ist eine sehr persönliche Frage. Dann sollte man sich überlegen, ob man so einen Master macht. Dann bekommt man im Master nochmal eine Verstärkung des grundlegenden Fundaments in theoretischen Fragestellungen. Da sind Dinge wie theoretische Elektrotechnik, Systemtheorie und solche Dinge, die also mathematisch, theoretisch wirklich sehr anspruchsvoll sind. Wenn man merkt, das macht mir Spaß, sollte man das auf jeden Fall tun. Brauche ich das wirklich? Bei den meisten Jobs, muss man sagen, die meisten Jobs oder Karrieren kann man auch mit einem Bachelorabschluss erreichen. Ich kann eine tolle fachliche Karriere machen. Ich kann Projektleitungen machen. Ich kann Führungsaufgaben übernehmen. Das geht also alles mit einem Bachelorabschluss auch. Wenn man natürlich einen Masterabschluss hat, kommt man vielleicht eher nach dem Studium direkt in, auf, wird man eher für Jobs angenommen, wo direkt auf der Arbeit theoretischere Fragestellungen im Vordergrund stehen. und die, wenn man sich jetzt vorstellt, wirklich anspruchsvolle Fragen, wie die Entwicklung eines, oder Mitarbeit an einer Programmierung für autonomes Fahren oder komplizierte Hochvoltelektronik, die Entwicklung davon, die also theoretisch sehr anspruchsvoll ist, das Lösen von Problemen, von elektromagnetischen Störungen und so, wo man solche theoretischen Hintergründe braucht. Da hat man dann mit einem Master einfach bessere Chancen. Was kann man für einen Master machen? Bei uns schließt sich also nahtlos wirklich der Master Systemtechnik an. Da bekommt man wirklich dieses gute theoretische Fundament. Es qualifiziert einen aber darüber hinaus auch für viele andere Positionen in der Industrie. Sei das im Bereich Automatisierungstechnik, sei das im Bereich Messensensortechnik, sei das im Bereich Medizintechnik, wo auch immer. Das heißt, es verbreitert einen natürlich auch. Auch da gibt es sehr viele Wahlmöglichkeiten. Und ja, das muss ich natürlich auch als Professor von der HRW sagen. Man kann natürlich mit dem Bachelor auch an vielen anderen Hochschulen, auch an Universitäten, einen Master anschließen. Man kann da wirklich mal genau gucken, wo liegen denn vielleicht meine Interessen. Das entwickelt sich ja dann doch im Laufe des Bachelors. Entwickeln sich da vielleicht nochmal besondere Interessen. Wo man da denkt, Mensch, vielleicht möchte ich ja doch irgendwo ein bisschen mehr in die Wirtschaft gehen. Und man wählt vielleicht einen Studiengang, der vielleicht dieses Thema weiter nimmt. Oder man nimmt einen Studiengang, der stärker in den Maschinenbau geht. Oder was auch immer. Da ist man völlig frei. Und wie gesagt, es bleibt eine sehr, sehr persönliche Frage, die man so im Verlauf des Studiums für sich eigentlich antworten kann. Wir tun alles dafür. Der Bachelorabschluss, den ihr hier macht in der Fahrzeugelektronik und Elektromobilität, gibt auf jeden Fall genügend Grundlagen, um also jeden Master in einem technischen Bereich anschließen zu können. Man hat also alles, was man braucht. Man hat die mathematischen Grundlagen, physikalischen, informationstechnischen Grundlagen und so weiter, um also auch in angrenzenden Bereichen dann einen schönen Masterabschluss erreichen zu können. Herzlichen Dank, Herr Thelen, für das tolle Interview. Wer nach diesem Interview noch mehr erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.